Herzlich Willkommen auf meinem Kanal RetoVabedream. Heute ein neues Video. Heute wieder mal was für Anfänger, also Anfänger nicht so direkt Anfänger, sondern für mechanisch dampfende Anfänger, wie man so schön sagt. Ich habe vielleicht mal angefangen zu dampfen, habe irgendwie eine Evo zugelegt oder vielleicht so in diesem Bereich so eine Kangatech Subtank. Habe dann gedacht, ja das reicht mir nicht mehr, seid dann vielleicht weitergegangen, weiß nicht, eine Tube gekauft, eine geregelte Tube gekauft, 30, 40 Watt oder dann so eine kleine Box mit 60 oder 70 Watt und sagt jetzt, ja eigentlich will ich jetzt selber mal wickeln oder ich wickele vielleicht auch schon selber und sagt jetzt, ja ich möchte mal Subtank probieren und vielleicht möchte ich mir mal einen mechanischen Akkuträger zulegen und habt jetzt Angst oder wisst nicht, auf was ihr achten müsst und das soll es in diesem Video gehen, mechanisches Dampfen oder vom geregelten zum mechanischen Dampfen. Ich werde später eine Detail an sich machen, mal eine Tube, eine mechanische Tube zeigen, wie das Ganze funktioniert, bei mechanischen Dampfen, auch bei einer Box und werde auch auf ein paar Gefahren vor, Nachteile, Sicherheit etc. eingehen, damit ihr wisst, wie ich das anstellen muss sollte. Und ich habe hier vieles aufgebaut, das ist ziemlich ein spontanes Video, also verzeiht mich vielleicht, welche Geschnitte oder Unterbrüche, weil ich bin hier völlig unvorbereitet, aber ich möchte das jetzt wirklich machen. Wann dampfe ich mechanisch und wenn ich sage, wann dampfe ich mechanisch, dann ist das meine Meinung. Die Meinungen gehen immer auseinander, aber es ist zu meinem Empfinden, ich dampfe recht, recht viel mechanisch. Ich liebe das und aus diesem Grund kann ich einfach meine Erfahrung an euch weitergeben. Was ihr daraus macht, müsst ihr alles selbst entscheiden. Für mich nicht geeignet ist mechanisches Dampfen für Geräte, die ihr irgendwo 1,23, 1,4, 5, 6, 7, 8 oder 2 Ohm, wenn es dann ins Hochwalt dampfen geht, dann wieder, okay, gesteckt. Aber sonst ist das dort in diesem Bereich für mich nicht schön oder, wie sage ich, ja, ich sage so wie es ist, ich finde es nicht geil, ich finde es nicht cool, dann so zu dampfen. Ich finde so einen Akkuträger oder einen Tankverdampfer, so einen Kaifun, einen Squape oder so, die auf einem geregelten Akkuträger, ob das eine Box oder eine Tube ist, zu dampfen, das macht für mich dort Sinn. Wo für mich mechanisches Dampfen Sinn macht, ist sicher im Subboom-Bereich. Und so, das macht dann schon Spass und ja, finde ich schon schön, so zu dampfen. Für mich mechanisches Dampfen vor allem Tröpfler. Ich bin ein Tröpfler-Mensch, ich liebe Tröpfeln, ich tröpfle eigentlich nur, ganz selten habe ich einen Tank dabei. Und da macht natürlich das mechanische Dampfen durchaus Sinn. Das sind dann Mikrungen im Bereich 0,1, 0,2 Ohm in diesem Ding. Und wenn man da den frischen Akku einlegt und dann die ganze Leistung des Akkus brauchen kann, dann macht das schon Spass zu dampfen. Wie so mechanisches Dampfen. Heutzutage gibt es ja auch die DNA 200 zum Beispiel. Ich meine, die können bis 200 Watt mit diesen Lipos. Wo ist der Unterschied zum mechanischen Dampfen? Ja, vielleicht von der Wattzahl nicht mehr so gross. Das kommt ein bisschen darauf an, wie ich wickle. Aber ich persönlich finde, dass mechanisches Dampfen noch so das gewisse Etwas hat. Punkt 1. Punkt 2. Die Geräteauswahl und die Schönheit der Geräte, also auch das Optische der Geräte, viel interessanter ist als bei den geregelten Geräten. Also zum Beispiel so etwas, das ist eine mechanische Box, ist schon etwas schöner für mich. Immer meine Meinung, was zum Beispiel eine Releu mit DNA 200 Chip. Ist einfach spezieller und schöner. Und meistens ist es die Einfachheit, wenn ich das jetzt vergleiche, zum Beispiel an eine mechanische Tube, diese hier. Schlicht einfach gehalten, klein, weil sie keine Elektronik drin hat, natürlich. Weil eigentlich muss nur der Akku rein mögen. Und jetzt zum Beispiel hier eine Dani, die ist natürlich grösser, nicht extrem gross, aber sie ist grösser. Und hat natürlich eine Elektronik drin. Und der grösste Unterschied, hier, so in etwa, ist dann schon extrem. Eine Dani kann vielleicht bis 40 Watt mit einem mechanischen Akkuträger, eine Tube kann natürlich viel höher wickeln. Also besser gesagt, niedromige wickeln und die Leistung, die Wattzahl ist dann natürlich viel höher. Und das ist das, was für mich Spass macht. Das ist das, was für mich persönlich den Reiz ausmacht. Der Nachteil, ihr müsst wissen, wie es funktioniert. Das heisst, ihr müsst wissen, wenn ich mit 3,7 Volt rechne auf 0,1 Ohm oder 0,4 Ohm unten bin, wie viel Watt habe ich dann? Wie viel Ampere zieht der Akku etc. drum und dran? Das muss ich wissen. Das ist nicht eine Riesensache. Das gibt heutzutage Apps, die kann man gratis runterladen, egal ob das auf Android oder auf Apple ist. Das ist kein Thema. Gratis runterladen, da kann man reingeben, wie viel Volt. Ich zeige euch das auch, wie viel oben das ich habe und der Rest rechnet es euch automatisch aus. Dann müsst ihr die richtigen Akkus haben. Das ist der wichtigste Punkt eigentlich. Ihr müsst wissen, welche Akkus sind gut und welche sind gut gekennzeichnet, aber scheisse. So muss ich sagen. Zum Beispiel diese ganzen negativen Presse, die wir jetzt wieder gehört haben, weil irgendeinem Akkuträger um die Ohren geschossen ist, weil es keine Gasungslöcher hat oder weil er die falschen Akkus genommen hat. Das braucht man nicht. Da gibt es zwei, drei Punkte, die man berücksichtigen muss. Kein Thema, die mache ich auch. Und wenn man diese zwei, drei Punkte berücksichtigt, ist es eigentlich kein Problem, Mechanismus zu dampfen. Also Akkusicherheit und der Akkuträger, egal ob das eine Tube oder eine Box ist, muss Entgasungslöcher haben. Das ist das Wichtigste. Und wir wissen, dass bei vielen Klonen aus dem Osten diese Entgasungslöcher nicht vorhanden sind. Und dann hat man ein Problem, wenn der Akku entgast und das Gas kann nicht austreten, dann macht es nicht Boom. Dann wird der Akkuträger heiss, ja, dann wirft man ihn weg, ja, aber es macht nicht Boom. Und wir wollen nicht, dass es Boom macht oder Puff oder Puff. Das braucht man nicht, das wollen wir nicht und das ist das, was ihr beachten müsst. Ich werde euch einen Link unten einschreiben, wo ihr nachschlagen könnt, wo ihr die Akkus gemessen werden und euch auch empfohlen werden, welche zu nehmen sind und welche nicht. Welche Akkus sind eine Mogelpackung und welche Akkus sind keine Mogelpackung. Da gibt es riesen Unterschiede. Meine Meinung, lasst mal die FS von der Seite, lasst die mal liegen. Geht bitte nicht FS-Akkus kaufen oder sonst irgendetwas. Lasst die bitte liegen. Sobald ihr in den Sub-Boom-Bereich kommt, natürlich. Wenn ihr 1,3, 4, 5 Ohm habt, kein Problem. Dann könnt ihr die benutzen, aber im Sub-Boom-Bereich, lasst das bitte liegen. Ich würde sagen, das war es mal vom Anfang. Ich werde jetzt in die Detailansicht gehen, werde ich mal so einen mechanischen Akkuträger zeigen, auf was ihr achten müsst. Wir kommen dann nochmal zurück in die Totale. Das gibt eigentlich nicht ein Fazit, weil ich euch nichts gerätetechnisch vorstelle, aber es gibt nochmal zwei, drei Worte. Und dann könnt ihr es mal versuchen. Sehr tief einfach. Und jetzt muss ich mir einen Akkuträger suchen, hier. Gehen wir in die Detailansicht, bis später. Ja, willkommen in der Detailansicht. Es geht ja nicht darum, euch ein Gerät zu zeigen, speziell, sondern einfach mal eine mechanische Tube oder eine mechanische Box zu zeigen. Wie funktioniert das, weil es eigentlich überall fast dasselbe ist. Und ich habe hier mal den Vanillamod vorbereitet. Das ist ein guter Mod, ein mechanischer Mod zum Einsteiger. Der kostet nicht viel, den gibt es in Stainless Steel, Brass und in Kupfer. Er ist nicht mehr so viel zu bekommen, weil es doch ein älteres Gerät ist. Aber, falls ihr das noch kriegt, kann ich das absolut empfehlen, weil auch hier Sub-Boom und so mal kein Problem ist. Aus was besteht so eine Tube, so ein mechanischer? Und das ist eigentlich ganz einfach. Er besteht aus einer Röhre, wie gesagt, die kann verschieden sein. Einen Popo-Taster, einen Taster, wo man unten reindrückt. Und dann kommt hier der Kontakt zustande. Weil hier die Kupferpole in diesem Sinn, oder in diesem Fall dann den Akku berührt. Und hier oben ist das Gegenstück. Der Akku trifft die Top-Cap, leitet es weiter durch diesen Pin, auch hier Kupfer zum Verdampfer. Hier unten auf den 510er. Der leitet es dann weiter zur Wendel. Und Kupfer ist zum Beispiel ein gutes Material, das leitet natürlich sehr gut. Und da hat man natürlich einen niedrigen Voltrop. Wie funktioniert das mit diesen Akkuträgern? Die meisten mechanischen Tubes, und ich spreche hier jetzt wirklich von den Tubes, haben die unten zwei Schrauben. Die innere ist für den Kontakt zum Tröpfler oder zum Tankverdampfer. Und die untere ist für den Kontakt zum Akku. Das heisst, ich schraube jetzt hier mal ein bisschen raus. Man dreht, oder man schraubt den Tröpfler einfach rein, bis er bündig ist. Und jetzt kontert man mit der unteren Schraube dagegen. Bis es nicht mehr weiter geht. Dann hat der Kontakt. Zack! Jetzt kann ich es nicht mehr weiter schrauben. So. Und wieso hat es dann unter noch mal ein Rädchen, das man vergrössern, sieht man das, und verkleinern kann? Weil die Akkus teilweise verschiedene Längen haben. Das ist nicht viel, das sind vielleicht ein oder zwei Millimeter. Aber, wenn man dann an den Tubes rüttelt, dann hört man das, und das wollen wir nicht. Weil wir wollen ja keinen Kurzschluss haben, und das muss alles fix und gut sitzen. Die Popo-Taste kann man auseinandernehmen, das kann man hier aufschrauben. Das zeige ich euch jetzt nicht. Meistens ist hier drin eine Feder oder ein Magnet, und funktioniere nicht ganz einfach. Das heisst, ich nehme den Popo-Taster, schraube ihn hier hinein. Es gibt solche, die haben einen Locking-Ring, der ist versenkt. Das heisst, den kann ich hinstellen, da feuert nichts. Der braucht auch keinen Locking-Ring. Minus, Batterie gegen unter, Popo-Taster. Und jetzt schraube ich dieses Schräpchen mal ganz hinein. Zack! Und schraube ich das mal zu, und dann schauen wir mal, was passiert. Ich habe jetzt hier zu. Ich kann drücken. Betätige den Popo-Taster. Das funktioniert nicht, weil... Hört ihr das? Die Batterie hat Spiel. Die Batterie, wenn ich hier unten drücke, kann die Top-Cap, also diese Schraube, diese innere Schraube, nicht berühren. Und somit habe ich keinen Kontakt, und es kann nichts funktionieren. Die Batterie schlägt es dann hin und her. Und das wollen wir ja nicht. Das heisst, ich lasse das drin. Nehme hier... Diese Tube und Schraube, die untere Schraube, jetzt ein bisschen raus. Und das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen ein Probieren. Vielleicht habe ich es jetzt auch schon zu weit. Ich weiss es nicht. Ich versuche es mal. Bündig ist es. Ah, wackelt immer noch ein bisschen. Zu wenig. Wackelt aber schon längst nicht mehr so fest. Also viele Umdrehungen brauche ich nicht mehr. Ich mache noch mal eine. Bündig. Ah, immer noch ein bisschen. Okay, dann war ich zu weich. Ich mache jetzt mal mit Absicht ein bisschen zu viel, wahrscheinlich. Sonst kann ich euch den Gap, also den Spalt mal zeigen. Dann geht es gar nicht zu. Seht ihr? Jetzt stehe ich an. Und habe hier einen Spalt. Das heisst, ich habe zu viele feuert. Aber es sieht natürlich nicht schön aus. Also gehe ich jetzt wieder ein bisschen rein. Und verzweifle jetzt hier nicht. Und denke, oh nein, das muss ich immer auf dem Zuschrauben. Man hat es mit der Zeit im Griff. Man weiss dann, wie viel und wie viel nicht. So. Zu. Nichts rüttelt. Ich drücke hier unten hinein und habe sofort Kontakt. Sehr schön. So ist eigentlich das Prinzip von einem mechanischen Akkuträger. Es ist eigentlich immer noch selbe Prinzip. Ich gebe die Leistung von der Batterie, vom Akku, der hier drin ist. Wenn ich hier unten aufdrücke, den Kupferkontakt weiter zu dem Kontakt von der Top Cap geht weiter an den Fünfzehner des Verdampfers. Der gleitet das Ganze weiter zum Wendel. So. Und hier, wenn ich drücke, kommt der Dampf, den ich hier natürlich ausahme. Das ist der Weg. Wenn das schlecht verarbeitet ist und die Leistung des Akkus nicht komplett oben am Wendel ankommt, dann sprechen wir von einem Voltrop. Desto niedriger der Voltrop ist, desto besser natürlich. Das sollte hier gegeben sein, weil hier bestehen alle Kontakte aus Kupfer. Und das leitet natürlich sehr gut. Ich habe hier einen weiteren Akkuträger, der Kälte. Auch da gibt es schon diverse Videos dazu. Eigentlich dasselbe Prinzip. Hier habe ich auch eine Tube, die ist jetzt aus Kupfer. Hier habe ich eine Feder verbaut. Den Popo-Taster. Schraube den einfach hinein. Und hier habe ich eigentlich dasselbe Prinzip. Auch hier hat es zwei Schrauben. Eine innere, eine eissere. Die innere, die grössere. Für den Kontakt zum Fünfzehner. Und die innere, damit ich den Abstand vom Akkuträger, oder besser gesagt zum Akku, ein bisschen einstellen kann. Genau. Ich zeige euch jetzt noch die App. Ich habe hier die Ohmscher Rechner-App. Und da kann ich jetzt eigentlich alles eingeben, was es braucht. Ich kann zum Beispiel die Spannung eingeben. Wir gehen eigentlich von einem vollen Akku von 3,7 aus. 3,7 Volt. Ich kann jetzt sagen, wie viel Ohm ich habe. Der Widerstand beträgt bei dieser Wicklung Punkt 2 Ohm. Also 0.2 Ohm. Gibt eine Leistung von 68,45 Watt. Und eine Ampere von 18,5. Also das zeigt es euch hier alles an. Ich kann hier wieder eingeben, 3,7. Und dann kann ich eingeben, die Ohm zum Beispiel Punkt 1. Und dann habe ich eine Leistung von 136,9 Watt und 37 Ampere. Und dann müsst ihr dann dementsprechend die richtigen Akkus kaufen. Aber mit dieser App ist das eigentlich einfach. Ja, damit ihr hier das Richtige habt und das Richtige funktioniert. Ich denke, das war es mal von der Detailansicht. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr könnt das Prinzip ein bisschen besser nachvollziehen. Und wir sehen uns mal zu den Schlussworten wieder. Tschüss. Ja, willkommen zurück in der Totalen. Schlussworte zu mechanischen Dampfen. Wenn ihr die Sicherheitspunkte berücksichtigt, also mit dem App, wie man es rechnet, mit dem richtigen Akku, vielleicht auch nicht zu hoch anfangen, vielleicht beginnt ihr mit 0,8 Ohm und dann tastet ihr euch langsam ran. Schaut, dass ihr keinen Kurzschluss habt. Das sind so diese Sachen, die man beachten muss. Dann habt ihr eigentlich bei mechanischen Dampfen keine Probleme. Und die Akku-Vielfalt, ob das eine Tube oder eine Box ist, steht euch völlig offen. Es ist extrem, was man in Amerika für mechanische Tubes bestellen kann, wo ich hier in Europa nicht bekomme. Also wirklich extrem. Und wie gesagt, die Vielfalt von den Geräten. Ich habe euch zum Beispiel den... Hoppla. Mache ich hier noch alles kaputt. Ich habe euch zum Beispiel der Stormtrooper-Mod in der Tansicht gezeigt. Das ist schon geil. Also da... So etwas in den Händen zu halten, das ist schon cool. Da ist die Vielfalt natürlich schon grösser. Also ich würde sagen, habt keine Angst vor den mechanischen Dampfen. Jeder kann das, wenn ihr die Sicherheitspunkte berücksichtigt. Und versucht es mal. Ich weiss doch, dass ich meine erste Sub-Umwicklung gemacht habe auf einem mechanischen Gerät. Das war irgendwie 0,8 oder 0,9 Ohm. Irgendwo dort rum. Und auf einem Tröpfler Mutation XV2 war das, glaube ich. Irgendwo das. Ja, doch. Und das erste Mal gezogen habe. Und das war ja dann... Ja, und dann so... Und ich dachte schon, wow. Wow. Geiler Geschmack. Geile Wolke. Ich habe fast gezittert. Und einfach ein bisschen Routine. Das Sicherheitsbedenken ja alles raucht lassen. Und dann kommt das gut. Und wenn ihr dann mal so über 0,8 Ohm sagt, dann sagt, doch, das funktioniert. Das ist geil. Ich ertrage es noch ein bisschen weiter runter zu gehen mit der Obenwert. Und vielleicht mal 0,6 Ohm zu wickeln. Und dann wieder ein bisschen runter, runter. Wickelt nicht gerade bei 0,1 Ohm los. Das bringt euch nichts. Und dann bitte denkt auch daran, die Nikotinstärke, falls ihr Nikotin benutzt, ein bisschen runter zu nehmen. Es ist ein Unterschied, ob ich mechanisch irgendwie 150, 200, 300 Watt auf eine Miklung haue und dann irgendwie 6er oder 9er oder 12er Nikotin habe. Das bläst euch die Schuhe aus. Also geht darunter auf 0er bis 3er in diesem Bereich. Also ich kenne viele Leute, die Tröpfeln oder auch Tankverdampfer haben, die mechanisch dampfen. Wenn ihr einen neuen Akku einhaut, dann habt ihr so irgendetwas um die 200 Watt oder noch mehr. Dann bitte 0er oder 3er. Haut euch nicht irgendwie 12er hinein. Das wäre dann nicht so toll, weil, ja, ihr hustet dann. Ich hoffe, ich konnte euch die Angst ein bisschen nehmen. Es wäre noch interessant zu wissen, wenn ihr mal mein Video schaut und nach diesem Video mal mechanisch gedampft habe, ob es euch auch geholfen hat oder ob ich hier noch irgendetwas verbessern muss an dem Video. Und ich denke, das wäre es. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Abo da, Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, Daumen runter, schreibt es mir in den Kommentaren. In diesem Sinne, gut dampf, bis zum nächsten Video. Und jetzt brauche ich wieder was zu dampfen. Zack. Tschüss, euer Eter Wave Dream. Tschüss. 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 Vielen Dank.